Chat, ich glaube, ich muss jetzt ehrlich mal wieder anfangen mit Sport, Digga. Aber ich glaube, ich gehe boxen, Chat. Ich glaube, ich gehe zum Boxen, Digga. Ich glaube, ich gehe zum Boxen, Digga. Oder Gym. Gym hätte ich eigentlich auch wieder Bock, Mann. Gym hätte ich eigentlich auch wieder Bock, Digga. Was sagt ihr? Boxen oder Gym? Boxen oder Gym? Beides. Ja, da habe ich keine Zeit, glaube ich, Bruder. Für beides. Gym, Boxen. Boxen im Gym. Kommt ein Boxkampf. Nee, Bruder. Boxen gegen welche YouTuber? Also, wenn ich mal richtig gerne eins auf die Schnauze hauen würde, ist Sascha. Weil er denkt, dass er ernsthaft gegen mich eins gegen eins gewinnen würde. Sascha würde ich mal richtig gerne einen auf die Fresse hauen. Und Tayo. Tayo würde ich auch gerne mal richtig schön verfrügeln, Digga. Tayo würde ich mal richtig gerne auch einen auf die Fresse hauen. Sehr, sehr nice wäre das. Und Harald, ja. Obwohl, nee, Harald ist einer, mit dem er sich mitleidt, glaube ich. Ich glaube, Harald ist so einer, kennt ihr diese Leute in der Schule, die versucht haben, euch zu mobben? Und ihr fragt euch einfach nur so, Bro, du bist der Letzte, der irgendwie irgendjemanden mobben sollte, aber du sagst nichts zurück, so, weil du Mitleid hast mit dem. Kennt ihr den? Hatten wir, glaube ich, alle in der Schule, Digga. Also hatte ich. Und Harald ist, glaube ich, auch so einer, Digga. Ich glaube, da hätte ich Mitleid. Und Harald ist, glaube ich. Und Harald ist, glaube ich, auch nicht. Ich habe mit dem Bild, ich hoffe euch. �